Ich bin der Poeta an der Historie, die ich übe. Ich bräuchte dich an? Das ist gut. Mein Spanisch ist eher schlecht, aber ich übe. Ich übe immer wieder. Bei der Bildung haben wir die Traditionen der Alumnus. Die Schülerinnen und Schüler aus Cuentas, Ecuador, zu Besuch in Bad Wildung. Begrüßt wurden sie vom ersten Stadtrat Hartmut Otto. Begleitet waren sie von den Lehrerinnen Monika Ferrari und Rebekka Müller.